Ich bin Merdard Mosvisade, 47 Jahre alt und der Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion. Ich vertrete die Fraktion in allen Fragen nach außen und freue mich sehr, in dieser tollen Truppe arbeiten zu dürfen. Grün ist die Partei der Gerechtigkeit. Respekt vor den Menschen, egal wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Respekt vor der Umwelt und Respekt vor allen möglichen Lebensformen der Welt. Deswegen bin ich grün. Ich setze mich dafür ein, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben. Denn nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Und deswegen haben wir das Programm Gute Schule 2020 aufgelegt. Wir investieren in die soziale und Bildungsinfrastruktur, damit es in Nordrhein-Westfalen vorangeht. Dann genieße ich die Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen. Ich gehe ins Kino oder ins Theater, manchmal sogar in die Oper oder ins Ballett. Und Fußball gucke ich mir gerne an. Bei meinem Sohn oder im Stadion. Manchmal spiele ich sogar selber beim FC Landtag oder bei Rhein-Grün, der grünen Fußballmannschaft unserer Fraktion. Ich möchte, dass in Nordrhein-Westfalen, in diesem solidarischen Land, die Menschen weiterhin respektvoll miteinander zusammenleben können, ihre Unterschiedlichkeiten und auch Gemeinsamkeiten ausdrücken, wir neue Arbeitsplätze in der Umweltwirtschaft schaffen und wir eine gemeinsame Zukunft mit besserer Bildung aufbauen können. !